Kapitel 4 Die EU-Kommissionspräsidenten ab 1999 Bemerkenswert ist, dass die Vorsitzenden der EU-Kommission nicht direkt von der Bevölkerung gewählt werden, sondern vom Europäischen Rat nominiert und dann durch das Europäische Parlament gewählt werden. Romano Prodi war bis 2019 Mitglied im Rat des European Council on Foreign Relations, José Manuel Barroso. Barroso ist seit 1994 Teil der Bilderberg-Gruppe und mittlerweile im Führungskomitee der Bilderberger tätig. Jean-Claude Juncker Junckers Aussage aus dem Jahr 1999 macht die Vorgehensweise zu einer neuen Weltordnung deutlich. Wir beschließen etwas, stellen das dann in den Raum und warten einige Zeit ab, was passiert. Wenn es dann kein großes Geschrei gibt und keine Aufstände, weil die meisten gar nicht begreifen, was da beschlossen wurde, dann machen wir weiter, Schritt für Schritt, bis es kein Zurück mehr gibt. Ursula von der Leyen Bevor von der Leyen zur EU-Kommissarin aufstieg, nahm sie offiziell an vier Bilderberg-Konferenzen teil. Sie gilt als erste Anlaufstelle für David M. Rubenstein in Europa. Rubenstein ist Vorsitzender des CFR und Mitglied der von David Rockefeller und Henry Kissinger gegründeten trilateralen Kommission. Vielen Dank. Vielen Dank.